Wie bringt man Kinder am besten Manieren bei Tisch bei? Naja, Tischmanieren sind kulturell bedingt. In Afrika zum Beispiel hat man andere Sitten und Gebräuche, wie man immer isst. Oder die Hände teilweise. Das ist aber nicht für uns als Europäer, ist das jetzt tragisch. Aber dort sind das die guten Manieren. Oder rülpsymantisch zum Beispiel war in der Vergangenheit. Und heute ist es mehr mit Besteck und mit Stabel und mit Geschirr. Das muss man halt lernen von der Erziehung her.